Du bist dran, Bugs. Was für ein wunderschöner Tag, um Baseball zu spielen. Jetzt wird's heiß. Alles klar. Pikami! Das nenne ich einen spitzen Home Run. Luni Baumeister, hier Bugs am Apparat. Hm? Es gibt nichts, was mein Löffelbagger und ich nicht können. Den Motor an und los. Er macht sich bereit, er verliert keine Zeit. Die Maschine ist ziemlich groß. Wird es mal schwer, macht er sich gar nichts draus. Er gibt was er kann, ruf ihn einfach an. Denn beim Bau kennt er sich aus. Los, Freunde, wir starten. Wir wollen nicht länger warten. Es ist Zeit zu kraten. Ist was, Doc. Sei lässig, bleib dabei. Der Hase macht das super cool. Er macht es euch anwandfrei. Ist was, Doc. Die Arbeit steht ihm gut. Der Hase ist einfach der Held. Bei allem, was er tut. Lass uns mal was sehen. Er liebt es, spielen zu gehen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und lange Pausen sind bequem. Es scheint, für ihn ist alles machbar. Er ist super smart. Ja, das ist seine Art. Dieser Hase ist der Star. Los, Freunde, wir starten. Wir wollen nicht länger warten. Wir bauen und graben. Ist was, Doc. Sei lässig, bleib dabei. Der Hase macht das super cool. Er baut es euch anwandfrei. Ist was, Doc. Die Arbeit steht ihm gut. Der Hase ist einfach der Held. Bei allem, was er tut. Die Luni-Baumeister erledigen immer ihren Auftrag. Tartus! Und habt ihr auch Lust auf Hüpfspielchen? Geschafft! Das war doch mit links gehüpft. Luni-Baumeister, hier ist Lola am Apparat. Aha. Aha. Es gibt absolut nichts, was mein Radlader und ich nicht können. Die Pläne stehen, es ruft die Pflicht. Lola legt jetzt gleich los, doch man sieht noch nichts. Sie will Vorbild sein, manchmal führt sie an. Sie hat dich stets im Blick, hilft wo immer sie kann. Da kommt ihr genialer, schneller Hasenradlader. Sie will stets probieren, uns zu motivieren. Los, kommt doch, schneid euch an! Lola ist auf dem Weg. Los, kommt doch, schneid euch an! Sie ist ganz aufgedreht. Los, kommt doch, schneid euch an! Und zahlt alle vor. Lola hilft allen gern, wenn sie ist. Jetzt Ruhe! Ha! Verstanden! Wenn immer etwas im Wege steht, dann eilt Lola zur Hilfe mit schwerem Gerät. Die Aufgaben sind klar, sie plant genau. Sie ist Profi am Bau und wirklich schlau. So munter und spritzig und manchmal auch witzig. Sie will alles lernen und greift nach den Sternen. Schneid euch an! Los, kommt doch, schneid euch an! Lola kehrt ihren Weg und sie weiß, wie alles geht. Lolas, ihr Hase! Los, kommt doch, schneid euch an! Lola ist super cool, baut in Lichtgeschwindigkeit. So, stimme ich zu. Los, kommt doch, schneid euch an! Und zahlt alles vor. Lola hilft allen gern, wenn sie ist. Ganz froh! Oh, oh, oh! Verstanden? Oh! Und das alles an nur einem Arbeitstag. So, so sieht's besser aus. Saubere Arbeit, Abedienter Taffi. Vielen Dank, Dicki! Ja, jetzt sieht's Schweinegut aus. Ludi Baumeister hier, der Dicki am Apparat. Ja, aha. Es gibt nichts, was meine Planierraub und ich nicht können. Gleich wird hier losgebaut, die Sonne kommt heraus. Und Schweinchen Dick planiert den Boden vor dem Haus. Er rollt, rollt, das ist ereindrucksvoll. Auch für alles Neue steht er immer gerne bereit. Er macht es sehr, wenn alles klappt, ohne Schwierigkeit. Ja, er macht es Schweinegut. Ist er ordentlich? Ja, er macht es Schweinegut. Immer erst nach sich. Ja, er macht es Schweinegut. Sound schwenkt ihn nicht an. Was auch passiert, er macht so gut er kann. Er macht alles nach Plan und hält die Regeln ein. Denn Sicherheit geht vor, Kontrolle muss auch sein. Ganz sorgfältig und vorsichtig. Ganz Ludi-typisch. Er bewindet Ängste, fällt es ihm auch schwer. Ist gründlich und gescheit, was will man mehr? Ja, er macht es Schweinegut. Gut ist er ordentlich. Ja, er macht es Schweinegut. Immer erst nach sich. Ja, er macht es Schweinegut. Warum strengt ihn nicht an? Was auch passiert, er macht es so gut er kann. Ich glaube, dass das war's, Leute. Alles klar, Crew. Es ist alles auf Position. Man schießt mich aus Käppi hoch. Ich fliege durch die Reifenringe, springe vom aufblasbaren Sprungkist und lande auf dem Ziel, das auf dem Teich schwimmt. Worauf fahren wir? Hallo, liebe Baumeister. Hier spricht Daffi. Exzellent. Sind schon auf dem Weg. Es gibt nichts, was Käppi und ich nicht können. Popcorn! Hier gibt's schönes, heißes Popcorn. Heute ist ein guter Tag, um albern zu sein. Denn Duffy schlüpft in viele Rollen hinein. Er muss sich einfach nur drehen. Wollt ihr sehen? Sein eigener Stil ist wirklich schräg und modern. Er plant und baut, improvisiert dabei auch gern. Und wenn du denkst, es sei getan, fängt er erst an. Spaß für jedermann! Die Ente hat es drauf. Sie füllt den Kipplaster auf. Und hat stets Energie. Die coole Ente heißt Navi. Jetzt kommt er von der Allerbeste zu sein. Doch viel zu oft geht er den Weg ganz allein. Denn erst im Team ist er ein Hit. Bei dem Kauffortschritt. Spielen alle mit! Die Ente hat es drauf. Sie füllt den Kipplaster auf. Und hat stets Energie. Die coole Ente heißt Afli. Was für ein großartiger Tag, Mr. Guacamole. Ja, zuzunselt sei! Unser heutiger Auftrag ist so gut wie erledigt. Luli-Baumeister, Luli-Baumeister! Unser Drachen steht in dem Baum fest. Könnt ihr uns helfen? Ich mache das, True! Ich mache das, True! Oh, Luli-Baumeister Tweetie am Apparat? Überhaupt kein Problem. Es gibt nichts, was mein Tran und es ist nichts. Ja, Tweetie hat wirklich viel zu tun. Als Teil seiner Luli-Baumeister-Crew. Morgens trifft er sein Team, denn viel Arbeit steht an. Sein Rat ist gefragt als Baufachmann. Und gibt was, das niemand sonst anheben kann. Dann sportt das Team Piep, macht es richtig an. Er sorgt mit Ideen für viel Heiterkeit. Und er freut sich jeden Tag auf die Bauhelmzeit. Er befördert und transportiert viel mit seinem Kran. Er befördert und transportiert gut und liefert an. Er befördert und transportiert hier gigantisch viel. Man glaubt kaum, was er kann. Auf die Größe kommt's nicht an. Projekte betreut er auf Nah oder fern. Er kümmert sich den Fenner, hilft einfach gern. Und gibt's mal Probleme, wird er sie bezwingen. Denn er kennt die Lösung, es wird ihm gelingen. Er befördert und transportiert viel mit seinem Kran. Er befördert und transportiert Gold und Lieferanten. Er befördert und transportiert hier gigantisch viel. Niemand glaubt kaum, was er kann, ja er kann's, ja er kann's, auch die Krise kommt nicht an. Ha, ich liebe meine Arbeit. Bauhermzeit, es ist Bauhermzeit. Bauen los, packt alle an. Macht euch bereit, denn wir sind jetzt dran. Die Arbeit rufen, drum geben wir Gas. Hey, ja das wird ein Spaß. Los, auf geht's, wir hängen uns drei. Kein Einsatz ist zu groß oder klein, es gibt keine Ahnung. Wuhu! Wuhu! Wuhu, wuhu! Ja, es ist Zeit, hoch für den Bauhelm. Wir als Tü sind ein Schlafer. Mit den Lumino-Meistern wird jeder Wunsch fahr. Ja, nun ist es Zeit, hoch für den Bauhelm. Ja, nun ist es Zeit, hoch für den Bauhelm. Ein jeder macht, was er gut kann. Gibt es was zu tun, Rufilo, den Baumeister an. Jede Aufgabe ist spannend, und wir helfen gerne mit. Die Freunde etwas bauen wollen, tun wir es Schritt für Schritt. Wir Bauern und Tarasser, können den Weltraum konstruieren. Es gibt nichts, was wir nicht gern ausprobieren. Wir legen jetzt los, der Spaß beginnt. Ihr hört jetzt auf, ein gefährliches Weg. Wir werden wohl nichts, was zu spät. Niemand schwellt sich unter den Weg. Ja, es ist Zeit, hoch für den Bauhelm. Ja, es ist Zeit, hoch für den Bauhelm. Ja, jeder macht, was er gut kann. Gibt es was zu tun, Rufilo, den Baumeister an. Es ist Bauhelmzeit. Es ist Bauhelmzeit. Es ist Bauhelmzeit. Oh, oh, es ist Bauhelmzeit. Es ist Bauhelmzeit. Es ist Bauhelmzeit.